Ich glaube, der wird drauf gehen. Mann, wie se... Ich hab jetzt... Alter, ich bin jetzt schon wieder ungefähr 10 Minuten oder fast 10 Minuten bei einer Stelle. Weil die Scheife zu dämlich sind. Ja, ich bin jetzt schon wieder. Aber wie kriege ich das goldene Schaf? Ja, ich habe es schon herausgefunden. Ja, ich bin jetzt schon wieder. die werden sogar so drauf gehen naja, wenigstens 47 von 50 gerettet bei wenigstens 3 sterne Skelettschaft, 2 von 30 rosa blut, 2 von 10 erhalte in 10 level 3 sterne ach, nicht schon wieder von 3 Seiten gut, also hier sind die erstmal noch safe ok, da auch ganz hoffed ganz hoffed alter ich hasse sowas gut, 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 gut gut, gut ich glaub es waren am Anfang 40 da ist jetzt ernsthaft ein Opfern man soll nicht stehen boah was ist das denn? ah, ein Bonus Level Superhelden fliegen da hoch bla 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 das ist wieder ein blöder goldener Schaf da unten ist das Ziel ja toll natürlich brauche ich beide Ja 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 oh Ja, das war's. Waa 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 hmm 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 Ich weiß nicht, einer muss sich da irgendwie opfern. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. das goldene schaf gibt ja auch noch verdammte hmm ja Ist doch ein Witz! Ich frage mich aber, wie hätte ich den da holen können? Flocking Mess hieß das Level. Okay. Wenigstens kommen die wieder von einer Seite. Nein! Was mache ich? Oh Crap! Wo komme ich raus? Wahrscheinlich hier irgendwo oben. Da sind auch noch welche. Lol! Und die sind sogar wach. Ah, ich komme hier heraus. Oder da? Mist! Ich gucke erstmal, wo ich herauskomme. Ich komme da raus! Ich gucke mich! Ich gucke mal drauf, was ich hier rausknei? Ich gucke mal drauf... Vielen Dank.